Oscar Stars im Modeaufwind. In L.A. setzt sich vor den großen Preisverleihungen eine ganze Industrie in Bewegung und die dreht sich um Kleider, Make-up, Schuhe und Accessoires der potenziellen Preisträger. So auch bei den diesjährigen Oscars mit diesen aufsehenerregenden Resultaten auf dem ungewöhnlich stillen und ungewöhnlich pinken roten Teppich. Die nächsten Oscars stehen Anfang 2022 an, dann hoffentlich wieder ganz ohne Abstandsregel und Co., aber wieder mit ordentlich was zu sehen auf dem roten Teppich.